Inwiefern senkst du den Altersdurchschnitt am SCT? Vermutlich senke ich ihn nicht, sondern steigere ich, aber ich weiß nicht wie und wie viel. Was macht dein Büro zu deinem Büro? Mein Arbeitskollege und so wie auch mein Chef, mit dem ich mich gerne ab und zu unterhalte, nicht immer über die Arbeit und auch ein paar Actionfiguren, die ich auf meinem Tisch liegen habe von irgendwelchen Spielen oder was weiß ich. Was denkst du, wie lange du für deine Promotion brauchst? Ideal wäre es ein paar Monate, realistisch noch ein paar Jahre. Worst Case will ich nicht daran denken. Wie viele Stunden sitzt du auch zu Hause vor dem PC? Leider auch schon viel, sollte ein bisschen weniger sein. Wie hast du zum ersten Mal vom SCT gehört? Ich habe an der Uni studiert und wenn man an der Uni studiert ist als Informatiker hört man eigentlich schon vom SCT öfters. Ich glaube durch Kollegen war das. Was passiert wenn der Kaffee leer ist? Weltuntergang. Das gehe ich mal kurz weg. Was ist das SCT für dich? Arbeit, Kollegen und IT, Informatik halt. Was ist das Außergewöhnlichste auf deinem Schreibtisch? Ja, die werden vermutlich die Actionfiguren, die die Kollegen immer wieder nachfragen, aus welchem Spiel sie haben sollen.